hi leute sie sagt abonniert mich gerne wenn ihr wollt und teilt die videos oder das video und sie sagt noch kommentiert welche videos eure und meine lieblings youtuberin noch von videos machen solltisch leute natürlich war ich die wo das gesagt hat tisch hier ich bin's wieder abonniert ella bille liebt videos bitte und ella bille wollte fragen ob ihr die 500 abonnenten oder 400 schaffen so 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 Vielen Dank.